Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Guten Abend miteinander! Nächste Montag ist es wieder so weit. Ja, und allen, die brav sind, bringe ich natürlich etwas mit. Und du hast auch etwas verdient. Gell? Und du, eine Schlitte voller Überraschung. Ein richtiges Geschenkparadies. Mit vielen glatten Spielsachen. Der schöne, grosse Bär, das ist doch sicher ein richtig liebes Spielkamerad. Er ist etwa 85 cm gross und er ist schön herrlich weicher. Er ist nämlich aus Tralon Langhaarplüsch. Bitte sehr. Und für die kleinen und für die grossen Spieler gibt es die Elektronikspiele. Und die drei Sportler hier sind Jogging Barbie, Jogging Skipper und Jogging Ken. Die treffen sich mit dir zum Training oder zum Waldlauf und die können sich natürlich gut bewegen. Ja, und nach dem Trainieren, da machen sie ganz auf sportlich elegant. Ihr seht, bei Coop, da gibt es Spielsachen, es ist richtig der Plausch. Aber natürlich hat der Sami Klaus auch an die Eltern gedacht. Ja, für die Festtag hat Coop Markenpraliné seine grossen Auswahl und zur günstigsten Preise parat. Probieren Sie die feine, zart schmelzende Praliné-Mischung Arnie Selection. Oder die Arnie Fair Lady eine exklusive Überraschung. Und die Arnie Praliné-Trüff sind nach dem traditionellen Rezept hergestellt. Sie sehen, Coop Confisseur versteht ihr Handwerk. Und diese kleinen Kostbarkeiten betonen ihre ganz persönlichen Noten. Die Eau de Parfum. Galisse, Fleury und Orientelle. Die natürliche Frische vom irischen Frühling. Impulse Parfum de Eau mit einer besonderen Duftnote. Die pflegende Fenialcreme-Dusch. Und Obao, die sanfte Körpermilch. Und hier noch eine Neuheit von Belle d'Am Coiffure. Nämlich die Schaumtönung in sechs Farbnuancen. Und auf den Klaus-Tagen natürlich besonders aktuell sind Clementine und Satsumas. Unterscheiden kann man die beiden Zwillinge eigentlich nur an der Farbe. Clementine sind eher rötlich und Satsumas eher gelb. Ja, und die feinen, saftigen Früchte gehören ja zu einem Klaus-Tag. Fast so wie der Bar zum Sammeln Klaus, gell? Vorher habe ich auch noch etwas. Gibt's Pizza? Ja, nur keine Angst. Das ist eine kleine Erkennung für das Jubiläum vom 250. Coop-Mietwürkstudio. Danke, Filma. Und ich habe hier noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Einwohner von Ebiken im Kanton Luzern. Morgen Morgen am 8 Uhr geht der neue Coop-Center auf. Mit viel frischem Obst und Gemüse und einer schönen Metzgerei. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Und für neue Rezepte. Darum schalten wir jetzt über in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Wie wäre es, wenn wir jetzt in der Adventszeit, die Weihnachtsgutzei aus den feinen Zutaten von Coop-Rezept machen würden? Für diese wohlduftenden Zimmelstern zum Beispiel machen wir aus Mandeln, Zucker, Zimmel, Eiweiss und einem Esslöffel Zitronensaften Teig. Wir stechen die Sterne aus. Diese haben wir auf einen Blech, der mit Zucker bestreut ist gelegt und über Nacht trocknen. Wichtig ist die Glasur. Diese haben wir aus einem Eiweiss ein bisschen Wasser und Puderzucker angerichtet. Jetzt tragen wir sie mit einem Pinsel oder einem Spachtel vorsichtig auf. Bei einer Temperatur von 150 Grad werden die Zimmelstern im Ofen backen. Man sollte die Gutsi noch warm vom Blech nehmen, damit die Glasur nicht springt. Das Rezept von diesen Zimmelstern steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Gutschle. So, wir danken Ihnen für das Zuschauen. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und achten Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Es sind nämlich alle Sachen, die Sie täglich brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Gala-Frisch-Eier-Teigwaren. Spaghetti 2x500 Gramm statt 3,50 nur 2,50. Chinesische Nudeln statt 2,50 nur 1,65. Tomisenf mild 2 Tauben an 200 Gramm statt 2,90 nur 2,30. Tomi-Mayonnaise 2 Tauben an 265 Gramm statt 4,40 nur 3,50. Coca-Cola 1 Liter statt 1,25 nur 90 Gramm. Früchtequark 2x150 Gramm statt 1,90 nur 1,50. Und nur morgen, über morgen und am Samstag. Coop Sonnenblumenöl 2x1 Liter statt 8,40 nur 7,20. Clementines Kilonetz 1,70. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017